Abenteuerlich, oder? Also ihr habt extra zu bohren. So, wir haben jetzt hier die schönen Titanschläge blau von Funke. Holy shit! Also, was war das bei einer Funke? Doch! Wo bin ich dann veröffentlicht? Für was ist der Film? Der kommt jetzt wieder. Ja, aber komm, das ist so gut. Hast du schon das kennenlernen? Ey, wir sind noch ein paar Sachen, die da los sind. Nicht für dich, nicht für dich, nicht für dich. Komm mal an den Tisch. Oh, ja. Das gibt jetzt so geile Explosierungen. Ja, wir warten aber mal auf dem Wasser. Wo ist denn Kinder? Ja, kein Problem. Boah, Pyro Union! Ah, nee, ich hab grad zu deinem Pyro Union. Aber du machst sicher alle auf einmal. Doch. Ich weiß nicht, ob's klappt. Ich weiß nicht, ob's klappt. Danke, Frau ist doch nicht so. Ja! Jetzt haben wir hier einen schönen Oktoblutsäuler, einen Funke, Nachität. Machen wir hier mal Keller-Kubis. Oh je, jetzt bin ich doch nicht mehr. Ich glaube, ihr hattet Falle wollen hierher. Boah geil, jetzt haben wir mal hier was richtig sexyhaftes, die Honey Badger von Funke. Das arme Kind, es weint und fährt. Hey David, kann ich so einen loslassen? Ja, nimm alle. Ist gar kein Problem. An die Badger. Ey, gar nicht so laut. Oh, der war gut. Ja, ich warte. Achtung. Ja. Funke. Oh mein Gott. Juhu, einfach hier. Wie, zu geil. Oh, ich hab noch Oktoblutsäuler mitgenommen. Und dann, Honey Badger. Boah. Ja. Ja. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, ich bin da anhalten. Ja. Ja. Ich bin da anhalten. Ja, das ist auch immer ein Gericht nicht. Ja, das ist auch immer ein Gericht. Ja. Ja, das ist auch immer ein Gericht. So, die sind immer noch hier! Sehr geil, sehr geil! Wollt ihr einfach mal hier so einen ganzen Schinken verböllern? Die ganzen Schinken? Ja, es muss weg. Hier haben wir noch schönen alten Flavbanks. Und zeig mal, was du versextes hast. Achtung, Achtung, Achtung! Da ist noch ein Funkeböller, den ich kaum angezündet habe. Ah, Funke D! Ah, der ist nicht losgegangen bis jetzt. Er raucht noch ein bisschen. Ja, der raucht noch so weg. Ich muss noch mal in diesem Hand ist ein Mechböller, weil der liegt da gefährlich in der Mitte. Junge auf dem Boden! Achtung, Achtung! Ich glaube, das daneben raucht. Ja, das daneben raucht. Ah, da ist noch Lunte! Die einfach werfen, oder wie David? Ja, aber werf nicht zu mir jetzt! Ja, ja, die sind einfach wie... Das gewinnt! Das ist ein Flashbang. Das ist ein Mikro. Ja, warte. Ich hab's vorhin versucht, ja. Ja, was hab ich hier gebastelt? Ich hab's vorhin... Das ist euch selbst gebastelt. Ich hab... Oh! Ah! 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 Junge, wie der Schall hat! Der Schall! Ja, ja. Hast du Schreckschrauben dieses Jahr? Nee! Schreckschrauben? Die war richtig geil! Ah, geil! Okay, jetzt testen wir hier mal die Viper 3. Schwarzpulverböller und die Pyro 2. Na, guck mal, was die Dinger drin sind. Ich denk, werden halt so ziemlich wie normale Böller sein. Holt doch, sind gut! Sind gut! Oh! Der war gut! Achtung! So. Das ist auch so... Mensch! Vielen Dank.